um ganz willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six heute mal wieder mit dem einzigartigen Slow aber da ist ja auch klar dass der Junge dabei ist denn das ist unser gemeinsamer Kanal ich weiß es immer noch nicht verstanden hat ja hab ich gehört hallo ich bin Flo oh ja okay also wir spielen noch Bruder wir haben hier Leute Kreis a German? nö achso du ja wir sind auch wir sind auch German das wollte er damit sagen ähm wir spielen Casual also locker auf der Map wir nehmen's auf schönen Abend guten Abend ach scheiß sind Deutsche ja natürlich was denkst du denn? ja genau ja 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 ich glaube nicht was ich antworte immer irgendwas warte mal ganz kurz Flo habt ihr TeamSpeak? ja ja genau ja genau habt ihr Lust dass wir TeamSpeak zu euch kommen oder dass ihr zu uns auf TeamSpeak kommt? ja äh ihr könnt gerne zu uns kommen hm hm ja ich schicke euch auch rein ja Flo ja egal du bist so Brain Aufkar manchmal warum? wann wann bin ich denn zum Beispiel Brain Aufkar? immer wann Spaß was hä? nein Spaß was hä? warte worüber ging's grad manchmal? ne ja Pax ist die IP in übrigen kein .com oder so das ist extra so umgemeldet achso ok so dann wechseln wir mal ganz kurz den TeamSpeak Server Pax warte hast kannst du mir die IP kurz zuschicken? einfach nur Pax P-U-G-S nein schick mal bitte kurz hä? P-U-G-S? ich kann dir das nicht schicken Pax Punkt was? einfach nur Pax ja Punkt was? nix einfach nur Pax was Disconnected connected Buddy entered your channel ok Server Group assigned voll bist du oh perfekt danke hallo hallo erstmal ganz kurz erstmal ganz kurz wir nehmen auf hoffentlich ist es kein Problem naja ok ok gut wer ist denn auf Youtube? äh Google also ich Google Galaxy Gaming er heißt Floft aber wir haben gemeinsam keiner Schinken Gaming ja ist ein toller Name ich weiß ja und wir nehmen grad für Schinken Gaming auf ja gut da klicken wir ansehen wie ein Behindertes ich ihn nachnehmen war wer geht Levelseiten hier machen wir mal kurz gucken und nicht irgendwas Level sorgen gar nicht so was schon mal kurz vor Rolex so da war gar keine Drohne mehr ich bin einfach nur geistig zurückgefliegen und das das Aua von von mir ne hä ja vom Glasdach ja vom ach wow das ist mir auf bis jetzt du bist tot ja ich schäme mich ein bisschen ich schäme mich ein bisschen ich schäme mich ein bisschen Carsten you're exposed ja nein ich bin drüber gesprungen ich wusste gar nicht dass man einfach nur Namen bei Team Swig eingeben kann und das einfach als ja ja das ist halt selten das kann man extra so ummelden lassen ja wie daten ne du kannst es auch irgendwo auf einige Seiten so machen lassen aber du zahlst richtig Kohle dafür ne hä da sinds Backchips übrigens warte mal warte mal ich probier's mal ganz kurz bei mir ist meine Leibchen mit jemand geflogen habt ihr was für die IP bezahlt? äh also ich hab keine Ahnung bei unserer Owner hat das gemacht aber im allgemeinen ich glaube nicht der Team Swigging am Allgemeinen ist auch sehr billig ok und ja das war's mal wieder komplett das nächste Mal vielleicht schießen Mensch also Jackal hat sich wahrscheinlich gar nicht gefühlt ne im allgemeinen also die eigentliche IP ist auch Prax-Klan.com im allgemeinen wir wollten zuerst noch äh Clan nehmen das heißt ja da ist der Lion hätt schon früher schießen können Flo komm schon machst du machst du äh links von dir ne? weißt du im Gang ja ich weiß kann auch so eine seiner Rechtskunft ist aber ich ja hä ich weiß ich weiß aber ich hab'n küsst ich hab'n küsst schon lange nicht mehr gesehen dass jemand so veraimt hatte außer ich ja hast du lange nicht mehr mit mir gespielt ne? ich hab vorhin gegen Diamond Spieler gespielt also gegen ganzen Clan hatte keinen Bock mehr weiter ja hauptsache gegen ganzen Clan das waren Ryo und ähm und 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 Harald ne und Hendrik wie viele von den Leuten waren das? zwei nein das war mehr Hendrik und Ryo das war ja und Luis und ein anderer Luis ja Digga das war einfach nur Abfuck die IQ denkt sich auch nur so nehmann Hilfe was denkt die sich jetzt? hallo? meine Ahnung IQ was machst du da? das spielt nur noch so außer wie man GTA solche Korden nur ja ja GTA ARC Regenbogen 6 ja rechts am Fenster kannst du wallbang da? ja ne ne ich weiß in Liebe die eine Mann kann sich wallbang nur die vor ihm ja stimmt boah jetzt mach doch nicht so Auge man oh leih ich hab'n Mods vergessen oh nein ich hab'n links ach sind noch Zweiter hä? ach sind noch Zweiter ach so das wusste ich auch nicht Entschuldigung ach lol alter alter aim des Todes man erstmal nur rund drum ausgeschnitten sowas nennt man einen Cut setzen also ich denk mir nicht ich hab'n Kopfhör noch nicht auf ich war grad auf Kürte komm wieder sehe irgendwer redet hab ich mir gedacht ja komm ich sag's mal irgendwas deutsch keiner versteht dich sonst immer wenn ich rede ist keiner deutsch und ich denk sonst immer so ach klar die Amerikaner komm halt einfach die Fresse zur Not einfach die Leute teamkill und dann dazu bringen dass sie dich teamkill und dass sie gebannt werden ja ist halt nochmal so ja oder? ich weiß und jetzt auch ohne Deutsche zu beleidigen ne aber die meisten Deutschen sind auch richtig vollspasten die meisten Deutschen sind irgendwelche zwölfjährigen Kinder die dich ohne Grund anschreien und teamkillen obwohl sie die schlechtesten aus dem Team sind Jan oder sie heißen René Engelhardt ne René heißt der wirklich so? der heißt René Engelhardt ja da bekommt man noch nicht mal den Engelhardt was? nicht nicht du keine Sorge ein anderer Regenerer der Diamond Spieler ist der meinte ja wie hast du den 13 Kitts geholt und dann lag ich injured und Flo war noch am Leben und dann meinte er so okay den Ball dann geht er weg und heu wieder erstmal ne Runde und Flo teamkill mich dann erstmal weil Alter ich bin erstmal geraged und hatte gar keinen Bock mehr aber allein so was um Diamond Spieler zu hören finde ich total useless aber René ist kein Diamond Spieler ne ja dann ist er halt ein Kackspast ja das ist genauso schlimm das sowieso der spielt keine Rangs also ich weiß nicht der ist einfach der stinkt einfach nur ne das Ding ist wir hatten es damals mal zerstritten das sage ich jetzt einfach mal so dass ihr in der Aufnahme auch was zu hören habt wie kann man sich mit solchen Leuten überhaupt daran freuen ähm ich weiß es nicht ähm weil er damals vielleicht nicht so gestunken hatte oder so ähm das Ding war wir hatten GTA hattest du ein bisschen ne Kokos nachher so Flo das kann sein ähm ähm wir haben GTA gespielt und er hat mich die ganze Zeit getötet dann hab ich mit dem Mod-Menü mal sein GTA crashen lassen und dann war und dann hat er geweint dann war er dann war er kommt er weg vom Fenster Moin Leute kommt jemand mehr kommt jemand mehr kommt jemand mehr oh da ist einer rechts in der AG muss ich ja mittlerweile immer so machen wir sind ja schon saulang so wenn irgendwer raged dann bleib ich einfach ganz ruhig und dreh ganz einfach weiter meistens immer noch so ein bisschen süß doch ein bisschen weil das provoziert dann meistens noch mehr ohne dass man selbst wirklich irgendwas macht Rushbee Rushbee Flo Aua ey achso Aua von wo Junge, ich dachte du aimst links ab Och Flo Was soll ich das? Ich hab grad nicht mit Freimale Ich hab grad nicht mit Freimale Oh nö Och Bruder Achso Hehehe Hehehe Weiß das Ding ist so ich will meine soll meine Ladung ziehen denkst du Flo ja das ich hab nicht bestimmt Was macht er? Guckt euch mal um irgendeine Wand wartet Achso Ja hättet ihr sagen müssen dass ich was machen so Ich dachte das passiert auch irgendwie automatisch Bei mir doch nicht Alter hast du den Mewtops genommen? Ja aber wir haben heute glaube ich irgendwie jetzt 5 Runden gespielt glaube ich Und in 3 hatten wir übelst tauschliche Leute drin Die haben die ganze Zeit nur rumgeheult In der ersten Runde wurden wir als Hacker betitelt Weil wir ihn gekillt hatten Oh weia Ah das liebe ich Durch die Runde geht seit 5 Minuten Ich töte Welten Ich töte Welten Ja du Hexer dass du so schnell reinkommst Wir haben in CCTV rumgegammelt Das mach ich auch gerne Da kommt er Da ist er Da ist er sozusagen auf dich gekommen Oh nein Wir hatten schon besser rum Hätte ich jetzt auch gesagt Da cool los Ich war wir sind öfters scheiße Also äh Nein Also fast immer Also wir haben es auch ab und zu Dass wir richtig rein sacken Und dann haben wir wieder so unten Und dann mach ich ja elf kills Und dann ja Kletzko Ja und ich auch Naja eher weniger Naja acht kills hast auch letztens geschafft Echt? Oh ja Warum habe ich mir das nicht ausgedrückt für einrahmen? Ich weiß nicht in welcher Folge du das gemacht hast Aber du hattest acht kills Das war einmalig Das hätte ich mir ausgedrückt und einrahmen müssen Das ist doch mal nütz Im Übrigen das ist total normal Wenn jemand Kev nimmt Dann steh ich meistens da Und muss eine halbe Stunde erst mal überlegen Bei wen ich dann frecke Achso Ich hab's meistens wenn mir jemand Alibi wegpickt Oder Elevigil Und dann Dann war's das für mich Ja warte mal ich guck mal was kostet bei den Steps nach Habt ihr alle Operator oder? Ja Ja Mir fehlt nur noch Maestro, Clash Jäger Maestro Hey ich bin Jäger fehlt dir? Nein Jäger Maestro, Jägermeister So Nein Nein ich hab alle außer Nomad und Kate Jäger was haben unsere Gegner für Koks genommen? Großes Koks Äh was? Großes Die wissen doch nicht mal wie man Jingle Baits schreibt Ist gut Ist gut Macht man so Muss ja Darum konnten wir jetzt nicht Toilette und Schalter haben Da wo Flo groß geworden ist Ja am Schalter nur in der Toilette Doch nur das So mit Kev hab ich 4 Tage und 90 Stunden Spielzeit Und mein zweitmeistenspieler Verteidiger ist Smoke mit 12 Stunden nur Ich weiß überhaupt nicht welche Operator ich so spielen soll ich hab's gedacht Recruit ist am Besten Das stimmt sogar Das hört man gern Also ich find den Smoke cool der hier grad runtergefallen ist von oben Wieso? Weil das blöd aussah Nein Aua Rekrut geht jetzt genau in einen Tag und 22 Stunden Spielzeit Okay Lol Ich glaub ich fang wieder an den zu mailen als Angreifer Mensch ich bin zu dumm ich komm hier nicht mehr hoch Flo das hat hier nichts nur mit einem hoch bekommen zu tun sondern allgemein Achso Na dann gehts Ist ganz normal bei dir Oder wie man einfach bis hier hin hört von Mira Now you see me, now you don't Ja sag die doch überm Mikrofon Ähh Ok ihr liegt beide da oben also Ich mach mal die Tür zu ne Also ich will ja nicht sagen aber ich überlebe das Ach nö Also in der Tür ist niemand War das jetzt Trickshot Jungs? Steht das? Wo ist das hin? Hä? Ist das irgendwo auf dem Schrank gebuckt? Ja lol Oh ich hab kein Schrank entgegackt Hab ihn Ach ja wo sieht er ähh Deine Ecke Hm Ich hab gerade das angreifende völlig neue Möglichkeit gesehen Du kannst da oben einfach Granaten durchwerfen Was für ein angreifende Milchshake Aua CCTV Jungs CCTV Lion and ähm Thatcher glaub ich Das versuchst du Keine Ahnung Jungs Ja Habt ihr's mitbekommen CCTV Lion and Thatcher Ja Ja klar Beide mit Schrozi Nein Aua Ach Ticker Flo Ach Ticker Flo Was denn? Was eigentlich deine Mission Da ist What happened there? It's time to say goodbye Goodbye my friend Bist du wegen Sau gestorben? Goodbye my friend You are better one You are better one You are better one For me Nein Nö Mensch smoke Flora hat sich so kurz 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 Was ist mit mir Was ist mit mir Schrauben Wieso Wieso, der der Kling sollte Tetscher kommen, der ist leider zu mir Kurios Nein, Pascal lässt mich legen Ich geh jetzt auf den Tisch Wann dich nie? Jetzt kann Ich dachte ja schon, Ian und wir sind bekloppt oder so Beste Kombi EU, Alter Das war ne tolle Folge Ich habe nie wäre Was ist denn was passiert jetzt? Floro, lass die Folge Müll werfen, auch nach Tipps. Mach man, meine Waffen war davor, ich hab heute höher geämen. Lass die Folge Müll werfen, Dreck, Alter 4. Warum? Die Folge war absolute Scheiße. Nein, die war geil. Nein. Also, ich find die war gut. Ja, ich find die eigentlich auch gut, die war lustig. Hab schon gelöscht. Aber, dann mach ich die ab, Mort. Ähm, oder? Vielleicht nur noch die gut laufen, oder was? Also, allgemein so gut sind. Ja, aber eigentlich gucken sich nur die Leute Gameplay ab, was lustig und gut ist. So, also, dann lade ich die Folge bei mir jetzt hoch, wenn sie dann schon gelöscht hat. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wer neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich natürlich selber ein Abo freuen. Checkt auch Schinken Gaming App, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Dann verabschiedet ihr mich reingehaut und bis zum nächsten Mal. Ciao.